Hallo und herzlich willkommen zurück zu Monkey Island 2, LeChucks Revenge. Ja, mit dem Karteikasten hier haben wir letztes Mal schon rumgespielt, aber ich weiß halt jetzt überhaupt gar nicht, wonach wir hier gucken sollen. Deswegen entweder kommen da noch weitere Hinweise, vielleicht Big Whoop, Whoop. Das ist halt, ne also ohne Hinweise kommen wir jetzt nicht weiter, denke ich. Das heißt, wir brauchen noch irgendwelche Hinweise. Wir haben auch nichts im Inventar, oder, was uns da irgendwie weiterhilft. Vielleicht kann man das Buch ja mal abgeben. Oder müssen wir das behalten, ich weiß es nicht. Danke. Okay, dann hätten wir das abgegeben. Gut, das macht unser Inventar ein wenig übersichtlicher. Tja, haben wir irgendwas? Hinweise? Ne, ne? Nicht, dass wir wüssten. Okay, das heißt, wir gehen hier erstmal wieder raus. Und hier gibt es Gassen. Und da gibt es, mir graust es schon davor. Dieses eine Glücksspiel. Ist es hier? Ja. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das ging. Ah. Ich schaue. Ich bin Bruno, und das ist nichts von deinem Bussin. Geht los. Du wieder? Habt ihr schon mal die Legend des leckenden Geibrachs gehört? Wollt ihr es nicht wieder hören? Was ist es diese Zeit? Öffne dich! Das ist eine Reise! Geh verloren! Du beginnst mich anzuprobieren! Ich verkomme diese feine Leckerjackets. Sorry, dass ich dich beschäftige. Keine Betten? Okay, hier geht's! Hallo? Ist das Spiel abgestürzt? Nein. Für Red! Alright! Du bist ein Gewinner, Sir! Welchen Preis würdest du gerne? Was habt ihr noch? Wir haben Geld, eine Einladung zur Mardi Gras Party, und einen freien Weg, um den Linguini-Brothers-Circus zu sehen. Ich mag das Geld! Das Geld, das es ist! Okay, wir haben es gehört, diese Einladung zu der Kostümparty. Die brauchen wir natürlich. Preise für nur ein Stück von 8! Was ist denn jetzt? Ah! Du Blödmann! Jetzt gehen wir dir mal gerade hinterher. Gib mir das nächste Nummer! Erstens, gib mir das Passwort! Wenn das 1 ist, was ist das? 3! Genau! Das gewinnende Nummer wird 29 schwarzen. Danke! Okay. Das ist unlogisch, aber wir gucken mal, ob er damit recht hat. Keine Betten? Okay, hier geht's! Himmel, Herrgott! Warum dreht sich das denn so lange? Alter! 29, black! Alright! Du wirst wieder gewinnen! Heute ist dein glücklicher Tag, okay? Würdest du wieder Geld gerne? Ja! Ich denke, das ist genug für mich heute. Okay, Ralphie! Bis zum nächsten Mal! Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen Glück spielen. Hallo! How ya doin'? Why does that other guy keep winning so much? Oh, maybe he's got some inside help. Know what I mean? Do many other people come to play here? Lots of people come to play when we've got a bunch of prizes. But we're almost out today. We only have three left. Could you explain how this game works? Sure! It's easy! Just tell me what number you want, and I'll spin the wheel! If your number comes up, you win! Sounds simple. What numbers can I bet on? One to thirty-two. Red or black. Okay. I'd like a place to bet. Betting costs money, kid. One piece of eight for one game. Oh, yeah. Here. Okay, kid. Which number you want? I'd like twenty-three black. Okay. Here we go. Oh god. Boat, bitte! Dreh dich nicht so lange! Oh Gott, dass wir... Dadadadadadadadadadada! Ich bin geil, brust! Ich gucke diesem Rat zu, wie es sich dre ird! Five black! Oh. Too bad. Better luck next time. Thanks anyway. I hate losing. So. You can't win if you don't play. Wir müssen uns also da irgendwie... Oh, Entschuldigung. Oh. Oh. Hmm. Also wir müssen uns da irgendwie... einen Vorteil verschaffen, indem wir hier... Antworten kriegen. What do you want, kid? What's the next winning number gonna be? First, give me the password. You have to get it right. Three times. If this is three, what's this? Ja. Davor hat's mir raus. Wie ging das nochmal? Musste man die zusammenrechnen? Neun geht nicht. Er hat eben davor fünf gezeigt, richtig? Fünf. Jetzt hat er vier. Also vielleicht eins. One? No. Mist. It's five. Watch again. If this is five, what's this? Alter. Keine Ahnung, ey. Was hat er davor? Vier. Das war ja das von eben, ne? Fünf war vier. Vier ist drei. Zwei. Two? No. It's four. Watch again. If this is four, what's this? It's your hand. So you're a little smart mouth, huh? Ah, we'll forget it. Scheiße. Nah. What do you want, kid? What's the next winning number gonna be? First, give me the password. You have to get it right. Three times. If this is three, what's this? Okay, okay, okay. Was kann denn hier noch sein? Was hat er davor gezeigt? Zwei, oder? Two? Okay, that's one, right? Aha. Two more. If this is two, what's this? Five? That's two. One more. If this is five, what's this? Okay, it's super einfach. Man muss immer nur das davor, äh, äh, nehmen. Und wenn er gerade, gerade hat er ja vier gehabt. Und jetzt hat er einen, das heißt vier. Four? Okay, you must be a member of the Gamblers Club. But I don't recognize you. Na gut, wenigstens haben wir es geschafft. What? You don't remember me? No, but that's okay. You wouldn't have gotten the password right, if you weren't a member. The winning number will be two red. Danke. Gott, da weiß ich noch, ey. Da hab ich so lange dran gesessen früher. Bless your bets, please. I'd like to place another bet. Here's one piece of eight. Okay, kid. Which number you want? Äh, zwei. I'd like two red. Okay, here we go. Komm, 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 komm. Dann nehmen wir uns jetzt erstmal die... Ich weiß gar nicht, ob wir das öfter machen müssen. Ich meine irgendwie ja. Aber ich weiß halt nicht warum genau. Brauchen wir mehr Geld? Äh, auf jeden Fall werden wir es jetzt erstmal versuchen. Wir nehmen aber zuerst jetzt die, äh, Eintrittskarte. You're a winner, kid. Which of our fabulous prizes do you want? Take your pick. You can have 60 pieces of eight. Or you can have the invitation to Governor Marley's Mardi Gras party. Or you can have a free pass to see the Linguini Brothers circus. Kennen wir ja schon. Well, which will it be? Äh, 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 die Einladung. I'd love to have the invitation. He wants the invitation. Yeah. Congratulations. Thanks. Okay. Wir holen uns nochmal den Tipp und nehmen uns mal ein bisschen Kohle mit. Mal gucken, wie oft das geht. Aber 60 Goldstücke, mein lieber Herr, ihr sangst da ein, das ist ziemlich viel Geld! Entschuldigung. What do you want, kid? Äh, die nächste Gewinnzahl. What's the next winning number gonna be? First, give me the password. Easy. If this is four, what's this? Eins. One? Right. The winning number will be 12 black. Danke. Na 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 na. Wir sind betrüger. Und finden's gut so. Denn wir sind der Geibersch gehen durch die Gassen. Easy, money. Wir sind betrüger. All you have to do is watch the wheel go round. I'd like to place another bet. Here's one piece of eight. Okay, kid. Which number you want? Äh, was hat er jetzt gesagt? 12 schwarz, oder? Oh, oh. I'd like 12 black. Okay. Here we go. Geibersch. Geibersch. Or, you can have a free pass to see the linguine brother circus. Well, which will it be? Wir nehmen 60 pieces of that. Give me the money. He picks the money. Well, I'm out of money for today. Okay, that's good. You're lucky that you won the last of it. Congratulations. Thanks. Freikarte? Sollen wir uns die auch noch holen? All you have to do is watch the wheel go round. Kann ja nicht falsch sein, etwas zu viel zu haben. Ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Aber wir holen uns die. Go, 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 go. What do you want, kid? The number. What's the next winning number gonna be? First, give me the password. Yeah, yeah. If this is one, what's this? Five. Right. The winning number will be eight black. Eight black. Ach, schwarz. Go, go. Wir sind Geibersch. Wir betrügen. Entschuldigung. Ich schauf. You can't win if you don't play. I'd like to place another bet. Here's one piece of eight. Okay, kid. Which number you want? Ach, der Rotheb schwarz. I'd like eight blacks. Okay, here we go. Okay. Here we go. Eight black. You're a winner, kid. Your choice is easy this time. You can have a free pass to see the Linguini Brothers circus. Yes. Voll cool. Congratulations. Thanks. Well, that's it for me. We're out of money and prizes. We'll be closing soon. Thanks to everybody for playing. Can't we play again? I want to win some more. Well, no. Oh, come on. Hey, what's that behind you? What? Where? Hey. Hmm. Okay. Das heißt, wir haben am Glücksrad schon mal alles abgestaubt, was es abzustauben gibt. Und jetzt gehen wir mal hier zum Pier. Ah, der Fischer. Irgendwas war mit dem. Got anything yet? Are you kidding? I reached my limit hours ago. Oh. Da ist der Timer auch schon abgelaufen. Oh, ich muss niesen. Oh. Oh, Entschuldigung. Oh, das ist doch ein gutes Ende. Good night. Catch you later. Wir sehen uns das nächste Mal genau hier wieder. Bis dahin, macht es gut.